Auf den Seiten dieses Buches erwartet euch Magie. Toto brachte Dorothy zum Lachen. Er war ein kleiner schwarzer Hund mit langem seidigem Fell. Toto! Du bringst mich in Schwierigkeiten. Das ist die Geschichte, die du immer schon hören wolltest. Vielleicht findest du es ja hier. Wie? Was denn? Das Buch, das du so lange suchst. Was wäre, wenn du ein Buch zum Leben erwecken könntest? Tintenherz. Ganz einfach, indem du daraus vorliest. Stabfinger. Ein Gaukler, ein Feuerspucker mit magischen Kräften. Deine Stimme hat sie aus dem Buch hervorgeholt? Aber was, wenn das Buch, das du zum Leben erweckt hast? Ich will dich warnen. Du solltest vorsichtiger sein. Ich in eine andere Welt entführt. Genau wie auf den Zeichnungen im Buch. Es ist grässlich. Der Mann hat überhaupt keinen Geschmack. Sperr sie in den Kerker. Sperr sie ein. Ein Einhorn. Fliegende Affen. Wo sind wir hier bloß? Ihr wollt nach Hause? Ich werde euch helfen. Und wie sollen wir fliehen, Stabfinger? Der große Wirbelsturm. Um wieder nach Hause zu kommen, müssen sie aus dem Buch fliehen. Tintenherz. Ich bevorzuge Geschichten, die so vernünftig sind, auf den Seiten zu bleiben, wo sie hingehören.